Willkommen zurück hier bei Let's Play Tales of Asperia. Beim letzten Mal bin ich schnurstracks nach Saude geflogen, weil ich ein Idiot bin. Und Pharaoh hat Saude attackiert, wurde aber scheinbar abgewiesen. Oder sagen wir, abgewehrt. Ja, wir müssten eigentlich, wie gesagt, nach Saude, da will ich aber gar nicht rein. Aber naja. Tja, ja. So, ähm, Miyazo, Miyazo ist immer noch da oben, gut. Dann kann ich mich wenigstens jetzt um die Sidequests kümmern. Ja, meine Güte. Ich habe aber auch immer ein Glück damit, in den Cutscenes reinzuraten, weswegen ich die Videos so komisch schneiden muss, weil ich nur noch 15 Minuten machen darf. Ah Gott, ich könnte mich da jeden Tag drüber aufregen. Miyazo? Ah, da bist du Miyazo. Hallo Miyazo! Denn hier können wir eine sehr interessante Sidequest starten, die dann im Prinzip auch noch zu einem geheimen, super coolem Boss führt. Und genau deswegen mache ich das jetzt auch. Übrigens ist jetzt die Stelle, für die ich einen zweiten Spielstand brauche, auch gekommen. Aber den Dungeon werde ich dann im Nachhinein mal machen. So ein extra Dungeon nur für den zweiten Spieldurchlauf, ne? Das kommt später. Grüße. Grüße, Elder. Was hast du grümelst? Oh, du hast du... Watcha was ich gefunden, als ich verrundte meine Schäuze. Du hast eine Schäuze in dein Schäuze? Hey, aber das ist... Das ist nicht nur ein altes Schwarm. Es sieht aus, wie... Ja. Keine Wurzeln. Nicht so viel die Formen. Die Vibe, die es gegeben hat. Welche Schwarm ist das? Ich dachte, dass du es gefragt würdest. Wenn die Erinnerung sagt, ist es einer der sieben Fell-Arms der Legende. Du meinst die Waffe, die von den 14-Heading-Monstern aus der Fähre-Tales? Hm. Ich weiß nicht, wie die Geschichte erzählt wurde. Aber hier, die Geschichte ist wie folgt. In der Größe der Blastia-Civilisationen, ein Versuch wurde gemacht, zu produzieren spezielle Weapons. Insofern, das führt zu der Kreation von Armamenten von ungezählten Macht. Also, diese Weapons sind eine Legende des Ancients. Dein Nomos ist real. Vielleicht ist diese Geschichte auch. Ist Dein Nomos einer dieser Fell-Arms, dann? Ich würde sagen, dass es möglich ist, wenn was der Herr sagte, ist wahr. Aber wenn es das wirklich eine der Fell-Arms ist, warum war es in deinem Fell-Arms, Herr? Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin seit meiner Leben. Es ist schon seitdem, dass ich das Ding ausleucht habe. Du hast nicht ausleucht deinem Fell-Arms ausleucht? Ich weiß nicht was zu sagen. Wenn diese Weapons sind wirklich so powerful wie sie sind, dann wäre es eine gute Idee für uns, zu bekommen sie bevor sie fallen in die falsche Hand. Ja. Es gibt ein paar Säte von falschen Handen da draußen auch. Können wir das mit uns, Elder? Huh? Oh, gut von mir. Du hast es zu uns, wie das? Für die Wahrheit bin ich glücklich bin, aber ich habe mich gefragt, was ich damit mache. Ich habe keine realen Verwendung für sie. Außerdem, es wäre es schade, einfach zu lassen, einfach zu lassen, etwas wie das, zu stehen. Ich denke, Sie sind nur diejenigen, die es zu benötigen. Sie wissen etwas über die anderen Fell-Arms? Lass mich hier sehen. According zu der Legende, die sieben Weapons haben eine gewisse Verbindung. Wenn das wirklich eine der Fell-Arms ist, kann sie reagieren, wenn sie bei den anderen reagieren. Aber Dain Nomos hat überhaupt nicht reagiert. Hmm. Dann ist es vielleicht nicht ein Fell-Arm. Dann müssen wir sie finden? Nun, es ist kein Problem, es zu sterben zu denken. So lange, dass wir einen von ihnen haben, werden die schlechten Leute nicht die alle bekommen. Vielleicht ist das genug genug. Ich glaube. Alles klar, Elder. Wir nehmen es aus deiner Hand. Danke. Und damit erhalten wir Abyssion, eine der sieben legendären Todeswaffen. Und Geld macht die Runde? Oh ja. Oh ja. Je mehr Geld wir sparen, desto mehr kommt es zu uns zurück. Und es bringt uns auch Freunde. Wirklich? Wie interessant. Huh? Rita, dein Name ist an diesem Geld. Genau. Ich habe meinen Namen auf unseren Geld schreiben, damit wir wissen, wann es zu uns zurückkommt. Und wenn es zurückkommt, ich glaube, es wird zumindest auf jeden Fall doppelt. Also geh'n, benutze es! Wie ein schönes kleine Fähre-Tal. Ja. Ja. Wenn das funktionieren würde, wäre das natürlich sehr unterhaltsam. Dann würde ich auch nur noch Geld ausgeben, würde mir hier ein Spiel kaufen, da, diese Konsole, das und jenes und... Ja. Ich bezweifle, dass es funktioniert. Aber... Es wäre schön, wenn... So'n bisschen träumen darf man ja. So'n bisschen. So. Und jetzt möchte ich... Für meine nächste Side-Quest und... dazu noch Giganto-Monster jagen, möchte ich einmal schnell zum Mount Temsa. Der... Ich glaube, das hier war... Müsste richtig sein, sieht richtig aus, könnte richtig sein. Geh' ich mal rein. Denn hier haben wir eine weitere Side-Quest. Die Feuerlidie verloren. 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 Die Menschen. Wie ein schweres Bunch. Oh. Ich wusste nicht. Wie eine bessere Nacht als ich? Immer benutzen die Familie's Beue. Man. Such eine brave Nacht. Ich habe nie erfahren, was zu diesem Beue. Vielleicht ist es noch irgendwo hier in diesem Feld. Vielleicht. Findet es wäre ziemlich schwer, aber... Vielleicht, wenn ich einfach... Ich habe mich überrascht, Kasey werde ich schuldig genug, um zurückzukommen. Aber... Das ist so schade. Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Geh' ich mich nicht so schrecklich. Was hast du gesagt? Du bist derjenige, der hat dieses Sobfest gemacht. Ich... Entschuldigung. Auf jeden Fall, Kasey. Ich weiß, du bist in einem besseren Ort. Hey! Was ist aus dem Skye. Huh? Was ist es? Oh, du musst dich schuldigen. Also, was ist es? Das war Kasey's favorite compact. Aber wie... Der ghost von deinem Freund muss sich über dich schauen. Ghost? Das ist unmöglich. Es war nur eine Coincidence. Du sagst das eine Coincidence? Wie... Vielleicht hat es eine Coincidence genommen. Und dann hat es sie verletzt. Ja, das muss es sein. Also, war dieser Kasey Freund von deinem Frau eine Frau? Frau? Was? Oh! Eine Frau von dem alten Manns. Jetzt, Rita, erinnere dich deine Blatt. Oh, komm mal. Ich will all die juicy details. Sorry, es ist nicht so viel. Was? Zu Beginn hat ein anderer Mann bereits sein Herz auf ihr. Eine Geschichte von unabhängiger Liebe, dann? Eine Liebe auf der Krieg. Eine Frau, die zu schnell weggegangen ist. Oh, so eine Tragedie. Okay, das ist genug. Ihr Leute, gehen und denken, was ihr möchtet. Hier zu dir, Kasey. Ich bin okay mit diesen Kindern hier. Ich bin okay mit diesen Kindern hier. Taschenspiegel der Erinnerung gehalten. Das wird nochmal für später wichtig. Große Kinder? Okay. Ich bin okay. Ich bin okay mit dem Gel. Ich bin okay mit dem Gel. Ich bin nicht wirklich, dass du sie essen musst, ohne sie sie brauchen. Aber ich kann nicht überraschend denken, wie gut sie schmecken. Oder wie sie sich fühlen. Ich habe mir das Gefühl, dass wir weniger Gel haben. Du hast sie mit ihnen snacken, nicht wahr? Ich will sie so schlecht, dass ich sie nicht schlafen. Und hier hast du sie mit ihnen, während wir nicht schlafen? Ich habe nicht so gemacht. Ich habe nichts gemacht. Wait, Rita, du hast du schlafen über Gel? Nein, natürlich nicht. Was bist du? Sie sind nicht Snacken, du kennst. Sie sind vielleicht klein, aber sie sind ziemlich lecker. Ich kann nicht sagen, dass ich sie sehr liebte. Vielleicht sind sie nicht zu lieblich für eine Prinzessin Palette. Nein, das ist es nicht. Ich glaube, sie sind auch nicht so gut. Ich bin zu ihrem einfachen Zutaten. Du hast es einfach nicht. Die Gel waren schlafen und schlafen, damit sie den Kindern abholen würden. Du sagst, dass mein Gefühl der Zutaten ist... Kindlich? Was ist das Problem mit dem? Sie sind beide Kinder. Ja, wo sie recht hat, hat sie recht. So, und hier ist das angesprochene Gigantom-Monster. Das ist schon etwas länger hier. Ungefähr seit wir Mount Hamza fertig hatten. Aber das Viech kann ziemlich drauf fallen. Jetzt habe ich nicht mal die Party dabei, die ich haben wollte. Aber es ist auch in Ordnung, denke ich mal. Ja, vielleicht unter Umständen, hoffentlich. Wahrscheinlich aber nicht. Aber egal. Da muss ich jetzt eben mit dieser Party hier durchziehen. Könnte ja auch klappen. Jetzt gerade halte ich ihn zumindest gut fest. Joa, stehe gar nicht mehr auf, das ist in Ordnung. Ich meine nur, wenn er gar nicht mehr aufstehen will, das ist völlig in Ordnung. Aber dass ich ihn gerade so extrem festhalten kann, ist schon mal sehr interessant. Ja, gut. Natürlich, wenn sowas passiert, dann geht das nicht mehr. Und jetzt ist er natürlich in seinem... Ich würde es jetzt nennen, Pissy-Boss-Mode. Aber er ist kein Boss, er ist nur ein Gigantom-Mode. Also Pissy-Gigantom-Mode. Holy Shit. So, jetzt müssten wir ihn wieder... ...ergern können. Ja, jetzt können wir ihn wieder ergern. Das finde ich schön. Jedes Mal, wenn ich so ein Gigantom-Monster bekämpfe und... ...einen kritischen, oder was... ...einen tödlichen Schlag anbringen kann, dann denke ich mir jedes Mal nur... Warum... ...dürfen die sich nicht wie normale Monster verhalten? Das wäre so unterhaltsam. Oh! Du kriegst einen kritischen Treffer, er ist tot. Fertig! Dürfen wir mal einen Ananas rum hier rüber, danke. Ach, du kannst nicht werfen. Ist natürlich typisch. Nie. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich weiter attackieren kann. Ach, ist das wieder schön mit einer Heilerin unterwegs zu sein. Ich kann nur jedes Mal merken, wie sehr ich es hasse, wenn ich keinen Heiler in der Party habe. Egal welches RPG es ist... ...habe ich keinen Heiler dabei, geht's mir schlecht. Sogar sehr schlecht. Ja, okay. Super! Oh yeah. Sehr schön. Damit ist auch dieses Gigantom-Monster gefallen. Wir kriegen einen großen Raptor-Schnabel noch dafür. Und die Level fliegen mir mal wieder zu. So, noch viel dazulernen, Carols Kumpel. Mein Gott, was denn noch alles? Ja, get some rest. You did well. Who are you talking to, Carol? Don't startle me like that. I'm sorry. Did you hear that just now? Yeah, we heard it. You talk to your sword? It cuts better when I do that. Actually, we just won this battle because I gave my sword lots of encouragement before. Really? Whatever floats your boat. Well, that was unexpected. What? Nothing. Thank you for all the work you do. We can't wait to see how well you perform next time. It must be tough, having such a unreliable owner. You're the only one we can count on. Um. Uh. Good luck next time. Wow, thanks, guys. I bet my attack power will double in the next battle. Don't get carried away. Oh, man. So, ich meine... Das werde ich immer dann beim nächsten Mal ausprobieren müssen. Ähm... Ich meine, unser Ring könnte jetzt die Barrieren, die hier im Weg standen, zerschnippeln. Das werde ich dann beim nächsten Mal sehen. Bis dahin würde ich aber sagen... Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und tschüss.